hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns gemeinsam die möglichkeiten von transaktionen in sap an bevor wir loslegen können bitte ich dich diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den business transfer anbieten zu können und bedanke mich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen und jetzt starten wir los in der sap basis wird mit einer vielzahl von transaktionen und programmen gearbeitet die wichtigsten transaktions codes sind im sap menü zu finden profis nehmen jedoch eher den direkten weg über den transaktionscode was versteht man nun unter einer transaktion eine transaktion ist ein anwendungsprogramm die geschäftsprozesse im sap system ausführt aus sicht des benutzers ist eine transaktion zum beispiel das erzeugen einer bestellung das ändern der anschrift eines kunden für jede anwendung im sap system gibt es einen dezidierten transaktionscode ein code kann aus buchstaben zahlen oder beidem bestehen in sap easy access wie hier zu sehen kann über das menü die entsprechende transaktion problemlos gefunden werden ohne dass du dir den transaktionscode merken muss wie hier zu sehen wenn ich nun in dieser ordner struktur auf den entsprechenden bereich navigiere komme ich letztendlich auf die entsprechenden transaktions kurz welche hier vorangestellt sind alternativ kannst du auch über das befehlsfeld einen transaktionscode eingeben in meinem fall ist dieses zusammengeklappt das befehlsfeld und könnte darin wie hier selektiert beispielsweise den transaktionscode me 22n ausführen anschließend wird nun diese anwendung ausgeführt und gelangen nun in das fenster der vorteil ist dass du damit direkt in eine anwendung springst ohne durch die verschiedenen menüs der systemhierarchie navigieren zu müssen wie finde ich nun einen bestimmten transaktionscode angenommen sowie hier befinde ich mich bereits in einer transaktion und möchte diese wissen das kann man im menü wie folgt ermitteln und zwar system und anschließend denn status dann erhalte ich ein weiteres menüfenster und darin gibt es nun die rubrik transaktion und wir sehen im e 22n alternativ lässt sich auch der transaktionscode über die statusleiste ermitteln diese befinden wir rechts unten diese muss aufgeklappt werden und darin gibt es noch ein weiteres kleines symbol dass ich klicken kann und erhalte nun wichtige informationen unter anderem den transaktionscode wie hier zu sehen des weiteren kann es sein dass die transaktionscode nicht sichtbar sind wählen wir oder gehen wir einen schritt zurück und angenommen die transaktionscode welche hier vorangestellt sind sind im system nicht sichtbar dann lässt sich dieses wie folgt sichtbar schalten und zwar wähle ich nun im menü auf zusätze und einstellungen dann erhalte ich ein kleines menü und dort gibt es die option technische namen anzeigen wenn ich diese d selektiere und wiederum auf eine anwendung navigiere sehen wir dass diese transaktionscodes nun nicht sichtbar sind möchte ich diese eben anzeigen so wähle ich bei den einstellungen technische namen anzeigen und erhalte diese wie gewohnt für die entsprechende anwendung wie ihr seht könnt ihr damit relativ einfach im sap navigieren und falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach einen kommentar ich werde versuchen euch zu antworten und freue mich sehr wenn du auch im nächsten video mit dabei bist bis dahin alles gute und viel erfolg